Yo, hallo, willkommen zurück. Wir machen mit Chilled Pinguin weiter. Dem absoluten Voll- und Ganz-Nichtskönner. Und ich wette, trotz allem wird er mir den Hintern versohlen. Wir werden sehen. Wir werden ja mal sehen. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass sich die Probleme, die ich eben hatte, gehoben haben. Ich habe das Problem, dass, ähm, das auch... Nein. Nein, mein Gott, ey. Geht's euch eigentlich noch oder so? Ähm, ich hatte das Problem, dass ich meinen Bildschirm einfach mal minimiert hatte. Keine Ahnung. Wortmik, wieso? Ich wollte mich gerade freuen. Ich hab's erst geblokt. Ich hab's erst geblokt. Ich hasse diese Fälle, sag mal. Ich hasse die Fälle, hab ich ja schon mal gesagt. Ich hasse Höhchen. Ich hab keine Ahnung, warum mein Computer mir das eben angetan hat. Er hat die ganze Zeit das Bild geniert. Ich bin, haben wir abgetrackt. Mein Gott, es nervt, es nervt, es nervt. Ich bin jetzt das nicht sauer, das ist es überhaupt nicht mehr. Ich sitze natürlich nur daran, das ist es überhaupt nicht mehr, richtig. Das ist es, es ist soid. Das ist soh��ig, joh. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich habe es wohl nicht anders hingekriegt. Ich bin an die Wand gesprungen, aber nicht so wirklich hochgekommen. Ich hoffe, dass ich das später so einigermaßen nie kriege. Sonst sehe ich da auch finde ich schwarz. Ach, Mann. Ich hoffe, dass mein Computer jetzt endlich mal ein Einsehen hat. Ja, genau das meinte ich. Was zum Geier? Zu doof zum Springen. Willkommen to life. Willkommen to Mega Man. Wie auch immer. Ja, du bist also willkommen. Ich habe dir die Fähigkeit gegeben, selbst zu entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Ach ja, aber so wie es aussieht, musst du wohl kämpfen. Deshalb habe ich einige Kapseln versteckt. Und wenn du die alle findest, dann wird deine Kraft größer als die, die sich jemals jemand vorstellen konnte. Um es mal jetzt mal ganz salopp zu sagen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal dieses Video aufgenommen und habe das fast schon ziemlich genau übersetzt. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal zu machen. Wir kriegen auf jeden Fall neue Schuhe. Yippie. Die uns hoffentlich das Leben erleichtern. Hoffentlich. Ähm. Das ist das erste Mal, ich gebe es zu, das ist das erste Mal, dass dieser Sprung eben so gut geklappt hat. Und ich wette, da ich das jetzt gesagt habe, werde ich jetzt eine ganze Reihe von ziemlich dämlichen Sachen machen. Ja. Blödes Ding. Ähm. So. Bis jetzt hat es keinerlei... Ich sage lieber nichts, sonst passiert es noch. Ach, jetzt kommt die Stelle. Banzai. Ach, immer schlag ich zu früh. Inher. Also die Stage habe ich auch schon einmal, ähm... die Stage habe ich auch schon einmal Probe gemacht. Wie das ist das? Hau ab! Was war denn das, ey? Das ist mich ja mal gar nicht gewährt, Kollege. Mann. Keine Ahnung. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber dieses Spiel wird nicht blind gespielt. Ich habe mir viele andere Displays angehört. Ich glaube, ich habe es... Ah, schon gesagt. Ich hasse das. Ich hasse diese Bodenwelle. Ich denke mal, ich werde es nicht groß anders machen als mein Freund. Also so vom Aufbau her. Denn, ähm... Ich bin froh, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich dieses Spiel durchkriege. Es ist nicht so, als wenn ich so ein scheiß schlechter Spieler wäre, aber... Ey, diese... Das mit der... Ach. Mit der Tastatur, das ist einfach so Nummer, ey. Und ja, ich benutze Safe Stands, aber nur bei Bossen. Also... Es sei denn, es ist jetzt nicht... Es sei denn. Es sei denn, es ist jetzt nicht die Stelle, und der ist überhaupt nicht, na, weil da kommt Gott's Wille, ey. Chill, Pinguin. Pokeball. Nein. What the? Moment. Ja, egal. Komm, einsatz verpasst. Ich muss mich... Sorry, ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln. Ja, Kollege, mach doch mal was anderes, als deinen Scheiß zu rotzen. Ja, ich weiß, es ist gerade die Falkings-Taktik. Ja, wie gesagt, ähm... Ich bin nicht so sonderlich gut hier drin. Oh, Kollege, Kollege, bitte. Komm, angetrabt. Trab an, du Klappstuhl. Ich muss mal sagen, ernsthaft. Jetzt komm ich an. Ach, zu früh. Du bleibst, wo du bist. Und Mann, ich bin ehrlich gesagt ziemlich erstaunt, dass das so gut... Es hat lang gedauert und ich denke mal, jeder Boss wird ziemlich lang gedauert, aber mein Gott, es hat geklappt. Ich bin erstaunt, dass ich ihn während des... äh, Springens getroffen habe. Wow. Juhu. Es ist... Ich hab sehr viel besser abgeschnitten, als wie bei dem Let's Play davor. Wobei, ähm, ich hab einen dummen Fehler, weil ich bin so ein Eisdinger gelandet. Und juhu, we get, äh, Update. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, jo, war ja gar nicht, nicht, gar nicht so schlimm. Ja, den werden wir ganz bestimmt nicht machen. Was machen wir denn als nächstes? Ähm, um uns die Stage von Sparkman Grill, ähm, zu erleichtern, werden wir vor, äh, das nächste Mal, ähm, Storm Eagle? Ja, Storm Eagle machen. Ähm, jo, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß und seid nicht eingeschlafen. Ähm, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bye, bye!